Willkommen zu einem weiteren Video in unserer Reihe zum ZPO-Erkenntnisverfahren, genauer zu den Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Klage. In ihm beschäftigen wir uns mit der Parteifähigkeit und der Prozessfähigkeit. Beides sind parteibezogene Sachurteilsvoraussetzungen. Vereinfacht gesprochen ist die Parteifähigkeit das prozessuale Pendant zur materiell-rechtlichen Rechtsfähigkeit. Die Prozessfähigkeit entspricht dagegen der materiell-rechtlichen Geschäftsfähigkeit. Zunächst zur Parteifähigkeit. Sie ist in § 50 ZPO geregelt. Definiert wird sie als Fähigkeit, in einem Rechtsstreit als Partei, also als Klägerin oder als Beklagte, aufzutreten. Dass sie das prozessuale Pendant zur materiell-rechtlichen Rechtsfähigkeit ist, zeigt § 50 Absatz 1 ZPO. Parteifähig ist, wer rechtsfähig ist. Wer ist also vor dem Hintergrund dieser Definition auf jeden Fall parteifähig? Natürliche Personen sind gemäß § 1 BGB rechtsfähig und somit auch parteifähig. Ebenso sind juristische Personen, also zum Beispiel die AG oder die GmbH parteifähig, da die Rechtsfähigkeit gerade die wesensbegründende Eigenschaft einer juristischen Person ist. Personengesellschaften sind parteifähig, wenn sie rechtsfähig sind. Für die meisten von ihnen ergibt sich die Rechtsfähigkeit aus dem Gesetz, zum Beispiel aus § 124 Absatz 1 HGB für die OHG. Bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, der GbR, ist es nicht ganz so einfach. Hier muss man die Rechtsprechung des BGH auf dem Schirm haben, nach der die GbR als Außengesellschaft rechts- und parteifähig ist. Für den nicht rechtsfähigen Verein, der wegen der Rechtsprechungsänderung zur GbR mittlerweile ebenfalls rechtsfähig ist, enthält § 50 Absatz 2 ZPO seit einiger Zeit eine Sondervorschrift. Diese kann bei Problemfällen wie bei politischen Parteien oder Gewerkschaften herangezogen werden. Soviel zur Parteifähigkeit. Weiter geht's mit der Prozessfähigkeit, die in § 51 bis 53 ZPO geregelt ist. Prozessfähigkeit meint die Fähigkeit, einen Prozess selbst zu führen oder durch einen bevollmächtigten Vertreter führen zu lassen. Wer nicht prozessfähig ist, kann nicht wirksam Prozesshandlungen vornehmen. In diesem Fall muss ein prozessfähiger gesetzlicher Vertreter oder ein vom prozessfähigen gesetzlichen Vertreter bevollmächtigter und selbstprozessfähiger Rechtsanwalt den Prozess führen. Streng genommen ist die Prozessfähigkeit keine Sachurteilsvoraussetzung. Eine Partei, die nicht prozessfähig ist, kann an einem Prozess teilnehmen, wenn sie parteifähig ist. Da sie keine wirksamen Prozesshandlungen vornehmen kann, kann sie aber selbst keine Klage erheben. Und eine wirksame Klageerhebung ist auf jeden Fall eine Sachurteilsvoraussetzung. In unserem Überblicksvideo haben wir darauf hingewiesen, dass teilweise sogar vertreten wird, eine Klageerhebung durch eine offensichtlich prozessunfähige Person führe dazu, dass die Klage nicht einmal zugestellt wird. Dann wäre die Prozessfähigkeit bei Klageerhebung sogar eine echte Prozessvoraussetzung. Auf jeden Fall ist die aber eine Sachurteilsvoraussetzung. Fällt die Prozessfähigkeit im Laufe des Prozesses weg, wird die Klage übrigens nicht unzulässig. Stattdessen gilt § 241 ZPO. Lesen Sie sich die Vorschrift bitte kurz durch. Das Verfahren wird bei später eintretender Prozessunfähigkeit also unterbrochen. Das gilt gemäß § 246 ZPO allerdings nicht bei anwaltlicher Vertretung. Dann kann das Verfahren nur auf Antrag der Gegenseite ausgesetzt werden. Schreiben Sie sich bitte § 246 ZPO an § 241 ZPO ran. Jetzt haben wir uns ausreichend mit den Rechtsfolgen der Prozessfähigkeit beschäftigt. Weiter geht es mit Ihren Voraussetzungen. § 52 ZPO verweist als Grundregel für den Umfang der Prozessfähigkeit auf die Fähigkeit, sich durch Verträge verpflichten zu können. Damit ist die Geschäftsfähigkeit gemeint. Prozessfähig sind aber nur unbeschränkt geschäftsfähige Personen. Eine beschränkte Prozessfähigkeit gibt es anders als eine beschränkte Geschäftsfähigkeit nicht. Sie wäre mit einem rechtssicheren Prozess nicht vereinbar. Ebenso ist die Tragweite der Einwilligung in ein einzelnes materielles Rechtsgeschäft nicht mit der Einwilligung in die Führung eines ganzen Prozesses vergleichbar. Beim Prozess gibt es zum Beispiel deutlich schwieriger vorhersehbare Kostenrisik. Kleine Zwischenfrage. Wann können trotz der vorstehenden Ausführungen Minderjährige prozessfähig sein? Berufstätige Minderjährige, die gemäß § 112, 113 BGB partiell unbeschränkt geschäftsfähig sind, sind insoweit auch unbestrengt prozessfähig. Die Vertretung nicht prozessfähiger Personen richtet sich gemäß § 51 Absatz 1 ZPO grundsätzlich nach dem materiellen Recht. Nicht prozessfähige Minderjährige werden also gemäß § 1629 Absatz 1 Satz 2 BGB durch beide Eltern gemeinsam vertreten. Machen Sie sich hier die Systematik klar. Die ZPO regelt die Prozessfähigkeit selbst, verweist dafür aber auf das materielle Recht. Das Fehlen der gesetzlichen Vertretung beim Prozessunfähigen kann rückwirkend durch Genehmigung geheilt werden, etwa durch rügellose Fortführung des Prozesses nach § 295 ZPO durch den gesetzlichen Vertreter oder durch die prozessfähig gewordene Partei. Da die Sachurteilsvoraussetzungen erst im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlungen vorliegen müssen, kann eine unzulässige Klageerhebung durch einen Prozessunfähigen auf diese Weise noch zulässig werden. Ob juristische Personen und Personengesellschaften prozessfähig sind, ist umstritten. Praktisch spielt dieser Streit aber keine Rolle, weil juristische Personen durch ihre Organe handeln. Die Vorschriften über gesetzliche Vertreter, insbesondere § 51 Absatz 1 ZPO, werden deshalb entsprechend auf organschaftliche Vertreter angewandt. In der Klausur sollten Sie deshalb nicht auf den Streitstand eingehen, sondern einfach auf die notwendige Vertretung durch die organschaftlichen Vertreter verweisen. Fassen wir das Wesentliche noch einmal kurz zusammen. Parteifähigkeit und Prozessfähigkeit sind Sachurteilsvoraussetzungen. Parteifähigkeit ist die Fähigkeit, an einem Prozess als Partei teilzunehmen. Prozessfähigkeit meint dagegen die Fähigkeit, den Prozess selbst oder durch einen bevollmächtigten oder gesetzlichen Vertreter zu führen. Gemäß § 50 Absatz 1 ZPO folgt die Parteifähigkeit der Rechtsfähigkeit. Die Prozessfähigkeit richtet sich gemäß § 52 ZPO grundsätzlich nach der Geschäftsfähigkeit. Es gibt aber keine beschränkte Prozessfähigkeit. Die Prozessführung durch einen Prozessunfähigen kann durch einen gesetzlichen Vertreter nachträglich genehmigt werden. Das war es mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zuhören und Zuhören. Zuhören und Zuhören und Zuhören. Zuhören und Zuhören und Zuhören und Zuhören.